Ich bin ja eine Band und irgendwie Chrissy kann Gitarre spielen und Selly ist unser Drummer und ich singe. Ich schreibe vor allen Dingen deutsche Texte. Ich finde es immer schwer, die selber zu beurteilen oder zu beschaden. Aber ich gebe mir Mühe, nicht zu metaphorisch zu sein, sondern immer schön direkt, so ein bisschen wie das gesprochene Wort.